Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Arakowa Bedrohung anzunehmen bei Gremny Langbart auf der Höllenfeuerhalbinsel an dieser Position. Falls eine Vorquest nötig ist, dann war es die Quest die Langbart. Rechts unten seht ihr auch zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich gerade befinde. Ich nehme die Quest auf dem Retail-Server auf, also Patch 9.0.5, Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber auch in WoW-Klassik funktionieren. Falls irgendwas anders ist, dürfte es natürlich in die Kommentare schreiben. So, ich soll in diesem Questgebiet eine bestimmte Anzahl an Mobs töten. Ich brauche 4 Windspeyer der Halashi und 6 Klauenwachen der Halashi. Es sind Halashis, nicht Halashis. Ok. Die Mobs befinden sich hier in dieser Schlucht. Sind überall zu finden, glaube ich. In dieser Schlucht. Und mal schauen, ob ich alle Mobs gleich erledigen kann. Ich habe es übrigens geschafft, auch die Kanal-Mitgliedschaft zu aktivieren. Das war gar nicht so einfach. Da war einiges zu tun. Ich habe es auch nur gemacht, weil ich gefragt wurde, ob es eine Möglichkeit gibt, mich zu unterstützen. Anders hätte ich es überhaupt nicht beachtet. Also, falls ihr irgendwas beziehungsweise mich irgendwie unterstützen wollt, ist das eine Option. Und ich habe den Faden verloren. Ich glaube, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich hoffe, dass es nicht wichtig war. So, 2 von 4 und 5 von 6. Funktioniert doch super. Zumindest in WoW Retail. Lutscht alles. Ich weiß nicht, wie es in WoW Classic sein wird. Leider habe ich keinen Zugang zu Beta. Aber ich glaube, es wurde nichts geändert an den Quests. Seit Burning Crusade vor 16 Jahren oder wann es erschienen ist. So, diese Mobs habe ich schon mal. Und jetzt benötige ich noch solch einen Mob. Da werde ich einen umsonst töten müssen. Hätte ich gar nicht in diese Hülle laufen müssen. Blitzschlag. Kein Blitzschlag. Stunnschlag. Ah, war ja klar. Das war sowas von klar. So, und der letzte Mob normalerweise. Gut. Quest ist bereit zur Abgabe. Laufe dann aus dieser Schlucht wieder hinaus. So, und gleich bin ich auch schon da. West ist abzugeben bei Grimny Langbart auf der Höllenfeuerhalbinsel an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. In der Videobeschreibung findet ihr noch einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Eventuell schaut ihr da mal vorbei und wir können live miteinander quatschen. Achtung ist ok. Ende. Abonnieren wir uns.